Während ich als Kind noch Räuber und Gendarme im Wald gespielt habe, beschäftigen sich meine Patenkinder der jüngeren Generation schon eher ein wenig mit der digitalen Welt. Laptops, Tablets, Handys und Smartphones, alles gehört heute zur modernen Ausstattung des Menschen mit dazu. Aber die Digitalisierung, die bringt auch einiges an Gefahren. Der Cybercrime, der wird nämlich immer stärker und es wird versucht, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber wer steckt eigentlich dahinter? Und auf was, vor was fürchten wir uns da eigentlich? Das und noch vieles mehr, das zeigt uns der nächste Schautanz. Freuen Sie sich auf die Freunde der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß aus Losheim mit ihrem Tanz Computerhacker. Im wahren Leben nur dank Geld ein Checker. Wir sind die Hacker und haben es auf das Geld im Internet abgesehen. Ich bin ein Hacker und ich drücke Krämpfe schnell, Gunde treiben auf dem Bild im Denn es hecke euer Geld. Ich bin ein Hacker und ich drücke Krämpfe schnell, Gunde treiben auf dem Bild im Denn es hecke euer Geld. Wir sind ein Hacker und ich drücke Krämpfe schnell, Äh, 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 äh. Im Internet, da sind wir anonym, doch im wahren Leben einfach nur crazy Nerds. Wer denkt sich so ne Märchen auf, was ist das denn, ein Rauch mit ner Maske, ich rauchte dich aus, mit ner Maus und ner Taste. Sei safe an ner Wand, ich halte gar nichts mehr wert, ich reite bei dir ein auf ne Brialische Fert, ich hab alles von dir, auch die Bote ist auf der Sandkiste, gehackt, auch deine Tannenliste, alles meins, Cybercrime. Andere machen viel Geld mit Rauschgift, ich mach ne Million, ne Mausklick. Digitale Welt, digitales Geld, digital, digital Krimine, digitaler Hauch, Kabelung und Maus, digital, digital Krimine. Digitale Welt, digitale Katar Griesgel, digital Krimine, digital Krimine, digital Dill. Jiggy talk, jiggy talk to me, the cybercrime Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Don't you? Don't you wish your girlfriend was raw like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Boah, ist die heiß. Die schnappel ich mir. Na, wenn das so ist, gefällt er mir doch ganz gut. Ha 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 ha! 1 Computerhacker im wahren Leben nur dank Geld Ein Checker der Ü15-Schautanz der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß aus Lohsheim Auf die Freunde der Computerhacker, auf das Trainerteam, auf den Drieze-Saarlandmeister Dreimal von Herzen, alle, alle, alle Untertitelung des ZDF, 2020